Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Kilt. Ich turne hier in diesem Räumchen immer noch rum. Uns fehlt ja noch das eine Auge, was wir anstrahlen müssen. Ich probiere es mal damit, es befindet sich da hinten in diesem Schacht. Jawohl. Ich hoffe, dass ich jetzt hier, naja gut, hier bringt es mir gar nichts durchzukriechen, dass ich jetzt da rüberkomme, wo ich hin muss. Wir brauchen ja noch den dritten Schlüssel, um in diese eine Tür zu kommen. Die brauchen wir bestimmt, um mal aufs Dach zu gelangen. Also es ist alles ein bisschen, erledige das eine, um das andere zu schaffen. Ein typisches Rätsel, was eigentlich auch wieder genial ist. Und hier gar nicht so langweilig ist oder zu viel, wo man sagt, wie unlogisch oder wie nervig. Irgendwo turnt auch dieses Feuermonster hier noch rum. Das haben wir beim letzten Mal dann doch nicht richtig erledigt. Ich dachte, das wäre dann weg. Okay, das ist das Büro. Ich da weitergehe, gucke ich hier nochmal kurz um die Ecke. Manchmal liegen da ja feine Sachen rum. Waren wir hier nicht schon? Mir sagt dieser Spruch was. Dieses Survival of the fittest. Ne, scheinbar waren wir hier noch nicht, denn den Schlüssel habe ich ja noch nicht gehabt. So. Schlüssel Nummer drei. Achso, ich dachte, die Kommissioner laufen mich zu. Neues Ziel, ab in den Keller. Um aufs Dach zu kommen. Okay. Das sehe ich auch so. Gott, wenn ich nicht das letzte Mal hier über die Verbindung nach draußen gekommen, an dem vorbei. Da war doch was. Aber da war doch alles. Nur, da Ich helfe jetzt mich nicht die遊 2014 noch im Waals rausfinde. Das ist es nicht dieyard mit uns. Dann ist das sicherlich die Tür zum Keller. Ne, das ist das Feuermonster. Jetzt mache ich etwas, was eigentlich total unsinnig ist, aber ich will echt mit voller Energie da rangehen, sollte ich jetzt gleich mit diesem Fliege kämpfen müssen. Jetzt haben wir einen schnelleren Weg, ich habe ihn in den Keller genommen. Ich glaube, da war er noch. Ich habe die Tür gar nicht probiert, ich bin einfach jetzt da rein. Ich weiß nicht, ob man auch hätte durch die Tür gehen können. Ach, da war der da schon. Hallo, alter Freund. Das ist der einzige Weg. Ich muss es einfach tun. Das ist ja nur kurz. Ja, das ist ja blöd. Wie geht es denn? Halidad, wirst du schnappen. Wie geht es denn? Werden von der Tür launchiert Profis. Gut ist ja nicht. Das ist ja wirklich immer nur sehr kurz. Uah! Das nehm ich mit. Das Feuer ist zu stark! Ich kann nur seine kurzen, kleinen Brände hier löschen, um wieder an die Ventile zu kommen. Hat es mich jetzt erlebt? Ja, es hat mich erlebt. Uah, das ist sehr fies hier. Das ist der einzige Weg. Ich muss es einfach tun. Okay. Die Position ist halt ungünstig hier. In den Ventilen. Die müssen sich dann immer wieder erholen. Verstehe. Er ist schwach. Vielleicht mit dem Feuerlöscher. Oh! Oh! Jetzt ist es wieder die falsche Richtung. Jetzt ist es wieder die falsche Richtung. Jetzt geht er da lang. Jetzt kann ich den Feuerlöscher einfrieren, aber das war es dann auch. Na, das war ein Satzwillig. Jetzt ist es wieder die falsche Richtung. Ja, das denke ich mir auch so. Oh Gott, der kommt von der falsche Richtung. Oh Gott. 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 Wo ist er? Das war auch zu früh. Ja. Ja. Ja, wieder zu früh. Ja, wieder zu früh. Ja, wieder zu früh. Ja, wieder zu früh. Was ist denn genau eigentlich? Das war zu früh. Das ist das, was ich noch nicht so ganz rausbekommen habe, was dann zu früh ist. Einfrieren und dann? Nein, wir sind schon wieder tot. Das ist der einzige Weg. Ich muss es einfach. Das ist auch kein Tipp oder so. Ja, das war zu früh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß nicht, ob ich das erst zwei-, drei-, viermal machen muss und es dann endlich zugrunde geht. Ich mein, so war's ja am Ende beim ersten Kampf. Du hast dann gemischt. Das war's. Das war's. Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Geh, geh, geh! Geh, 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 geh! 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 Geh, 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 geh! Geh, geh, geh! Geh, 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 geh! Geh, geh, geh! Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Ne, 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 ne Ja, ist der jetzt nur hinten in der Ecke. Der macht jetzt überall die Kisten kerbisch. Ah, das war zu früh. Äh, zu spät. Eins von beiden, wie man es sehen will. Oh, zu spät. Jetzt geht er die andere Runde. Oh, zu spät. Oh, zu spät. Was ist das? Komm her. Ja, das sehe ich genauso. Wie geht er jetzt lang? Das wäre jetzt auf meiner Chance gewesen. Was ist das? 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 Oh, endlich! Was für ein Ausdauerkampf! Sieht nützlich aus! Boah, jetzt hat man hier ein paar Sachen, die ich noch mitnehmen kann. Hab's zuerst gesehen! Nee, du bleibst mal liegen bitte! Halt durch, Emily! Ich komme! Was ist das? Nur noch ein bisschen! So! Oh! Das wird nützlich sein! Wir laden uns jetzt auf und durch die Tür gehen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das. Vielen Dank bist du schon! Bis dann! Tschüssi! Tschüssi!